heidi heido und da sind wir mal wieder mit gorky ja und jetzt haben wir die schöne große schlacht doch geschafft wer hätte es gedacht und wir müssen natürlich mal wieder unser equipment ein wenig durchgehen so sie hat den elektro schocker moment möchte ich mal kurz schauen wegen der betäubung und so du hast den elektro schocker das ist sehr schön er hat noch zwei schusspistole und er hat noch einen und er hat pistole und dings das ist aber schwachsinn irgendwo ne also den tat er eigentlich weil vielleicht ja der schocker mal aussetzen könnte aber ich glaube umgewicht lieber trotzdem ein fall mehr so er hat noch 20 muni an gewehre 18 an pistole du hast 20 an pistole noch zeig mal her einer war ja ziemlich out of all eigentlich wo ist eigentlich die pistole hierzu hallo du hast munition aber keine pistole moment ach nee die hat sie in der hand aber ich würde sagen ich gebe ihm die mal dem lieben trantinier weil sagen wir mal so sein schrot ist schon verbraucht naja weswegen ich ja gesagt er bräuchte momentan auch keine nahkampf waffe so an sich und sie benutze ich eigentlich hauptsächlich immer mit dem baseball schläger oder eben mit dem brechstangen gedöns hat er ja eigentlich so was in der richtung ne ne level 9 ja gut das bayonet bringt das eigentlich mehr 10 zeig mal die brechstange oder so her 15 15 ja gut es bringt mehr aber ich glaube dass das ultimativste ist immer noch die axt von ovic und ansonsten ja er hier hat auch nur das bayonete ich glaube ich kann ja eh nur eins und beiden verwenden dann gebe ich trantinier vielleicht auch noch die nahkampfwaffe ovic hat das und er hat dieses oder ich lasse ihn nur noch schocken höhe wäre ja auch eine idee naja gut wäre eine idee so dann schauen wir mal nach Bandagen etc pipapo sie hat noch Nahrung da ja gut alle haben Nahrung da sie hat fünf Pflaster Erdreihe na du auch danke dir und ja dann haben wir noch diese Schmerztabletten 10 HP na gut besser als nix ne obwohl ich glaube 50 ich weiß nicht aber das hatte ich ja extra so ein bisschen verteilt warte mal ihm noch ein paar eine Bandage ihm noch eine weil das sieht mir so ein bisschen mager da aus er hat auch nur eine kriegst du auch noch ein Bandage so und die Pflaster ja gut äh drei 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 und sie hat auch fünf na ich glaube Obic kann noch zwei hier brauchen oder so schauen wir mal so aber egal dann würde ich sagen sind wir mit dem museum soweit eigentlich durch ich hoffe wir haben auch nichts irgendwie großartiges vergessen oder so aber wir haben ja hier überall eigentlich geguckt und geschaut es gibt tausend türen und ausgänger und pipapo aber ja wir haben uns jetzt den ausgang freigekämpft und sind nun draußen würde ich sagen schau mal hier hinten lang ich weiß nicht vom dach aus konnte man ja hier schon lang schauen ob man hier irgendwas findet hier ist ein tor kann man das öffnen tor am museum ja toll okay kann man das öffnen weil wir waren nämlich ja beim museum oben auf diesem halb dach hier sehen wir auch diese rundung davon wo man ja ein wenig auf dieses türchen gespoilert wird eigentlich aber boah so viel dazu ne ähm das finde ich toll also da ist wohl nichts zu finden zu erledigen zu sonstiges entschuldigt wenn ich ein bisschen heute viel husten sollte oder so oder räuspern etc weil ich war die tage jetzt ein bisschen arg krank auch ähm klar mit dem vordrehen und allem ihr kriegt es ja auch nicht immer mit wenn ich mal eine woche erkältet bin wenn es dann doch länger dauert dann ja kriegt das meistens mit weil ich dann eine art info video oder so dann doch mache und auch auf meinem zweitkanal dann meistens noch was wieder ist so psch mir ist das hier entschieden zu ruhig sie scheinen diese dämonen richtig zu vermissen als wenn wir nicht genug ärger gehabt hätten ausschwärmen und wachsam bleiben oha john john was ist passiert ich weiß es nicht oh gott es tut weh was es hat mich gebissen ich glaube es hat mich gebissen heilige scheiße john carlo joseph ihr habt sie doch gesehen das gleiche wird mit mir passieren oder john bleib ruhig wir wissen nicht woran sie gestorben sind richtig klar es könnte alles mögliche sein vielleicht war es auch giftgaseinwirkung oder etwas ähnliches okay mir geht es wieder besser hmmm okay da kommen noch zwei zu party gut also wir haben hier scheinbar einen unsichtbaren gegner ähm so wie es mir scheint das hatten wir ja auch am anfang schon mal irgendwie so äh tritratrullala na doch sie ist ja nicht schlecht bewaffnet ich kann ja einfach mit ihr hingehen und einfach mal so in die luft so äh ist der da oder da hin hat er sich gestellt eine mene miste es rappelt in der kiste ich versuch's mal hier nö da war er wohl nicht schade eigentlich ja dann müsste er wohl dastehen äh ja also das hatten wir ja am anfang irgendwie dass sie gegen unsichtbare monster wohl gekämpft hätten und sonst siegelt so und äh ja das ist wohl nicht so schön so was haben wir denn hier ein mg tralala okay ähm allerdings ich weiß jetzt grad gar nicht so so komm mal her und mit dem flammenwerfer sollten wir eigentlich beide erwischen doch eigentlich ne da hinten das feld ist doch auch seins äh ich hätte mich mehr in die mitte wohl stellen müssen ah dammit schade eigentlich ähm na gut aber dann würde ich sagen ähm obitsch du gehst mal hier rüber und wirst den guten da drüben mal versuchen ein wenig zu betäuben so gut das gleiche könnte ich jetzt hier auch tun in dem sinne mit äh unserem lieben sullivan allerdings sie spricht von giftgas und sonstigen gas gegen äh gift vielleicht sollten wir das mal versuchen bei ihr dass wir ihr das verabreichen täten oder ihr geben ich weiß gar nicht ob man so Sachen jetzt rüberreichen kann während des Kampfes ich glaube nein äh okay ratatouille ich weiß jetzt gar nicht so gut dann komm du mal zurück also der unsichtbare scheint irgendwie nicht anzugreifen oder angreifen zu wollen ich weiß es nicht so ähm vorab brechst dir erstmal selbst ein Pflaster das wird bestimmt gut tun und ähm sullivan wird mal versuchen dir gegen gas äh gas gegen gift zu geben tja es scheint allerdings nicht zu wirken oder zeigt mal dann ist das da steht da irgendwas von wegen mc fetten blabli keks aber nicht nach dem Motto status vergiftet oder auch nicht oder sonst hier ist hm schade eigentlich so ähm die schroth ist leer etc mh benzinflasche ja ich weiß jetzt gar nicht oh er hat auch nochmal dieses Gaszeug okay tran tenier so er ist da hinten ja eh betäubt dann würde ich sagen Ovid du stellst dich vielleicht äh ja dahin und wirst ihn ein wenig axten lalala da haben sie die wunderbare gute Axt und den jippert ihm ach er kann auch rumlaufen wie schön nö du bleibst einfach jetzt mal stehen so äh ihr seid durch so weit er hat noch 16 Punkte okay ähm naja wie ist jetzt gar nicht würde ich gerne mal gucken kurz 15 macht die Pistole 15 macht das Brecheisen ja ich glaube bis auf das Schießgewehr werden wir ihn hier jetzt nicht umnieten können ich weiß gar nicht das Benzin Fläschchen kann man damit jetzt den anderen vielleicht auch mit anzünden oder so ja wir können es ja mal ausprobieren wir haben ja zwei davon wie das so wirkt also wir können es werfen aber irgendwie scheint es nur ein Feld weit zu gehen ja das ist schlecht ich dachte es wäre vielleicht wieder Molotov oder so das war hätten vielleicht jetzt äh ja das ein bisschen weiterwerfen können oder so na gut dann würde ich sagen du ziehst ihm einfach einen über die Rübe 5 plus 2 na das war ja wohl wirklich nicht äh großartig eieieiei oh er ist durch das Feuer gestorben sehr gut sehr gut einer weniger und sie scheint mir auch nicht große Überlebenschancen zu haben vor allem dieses äh vergiftet das ist gar nicht gut na gut du kommst auch mal hier rüber und wirst mal vielleicht was essen vielleicht hilft das was gegen Gift naja tja nochmal ansonsten ja hier hat auch noch die schönen Gas gegen Angriff Dinger allerdings ich befürchte dass es einfach nur Verschwendung ist weil es vergiftet geht nicht weg es ist nicht gut so Obitz du wehst deine Rolle immer Axten bitte und er ist nicht mehr betäubt kann das sein das wäre nicht gut von hier aus schießen treffen wir ihn nicht wenn von dort vielleicht aus mal schön mit dem Gewehre drauf und dann schauen wir mal wie das so zieht dein ernst oder du möchtest doch tatsächlich mit so wenig Punkten überleben na gut Obitz du stellst dich mal da hin dann hat er viel Auswahl wen er jetzt angreifen darf ok er rächt sich an Obitz na gut kann man nachvollziehen würde ich sagen bitte stirbt mir nicht liebe MC komm hier ist noch was also eigentlich die Gründe gar nicht zu gebrauchen in dem Sinne aber hauptsache sie hält erstmal durch Moment mal darf ich erstmal so mit der Keule vielleicht von der Seite einen über den Dates und das soll's dann auch gewesen sein jawoll Heidi Witz so oh Trantini hat sie beide umgenockt na das ist doch schön oh verdammt John ich ich hab doch gleich gesagt dass ihr mich nicht beschützen könnt sie kamen aus dem nichts wie das Ding das Trottie und die anderen getötet hat beruhige dich John ich werde dir helfen bleib ganz ruhig bitte lasst mich hier und bringt euch in Sicherheit diese verfluchten Dinger werden bald wieder kommen John ich wünschte wir hätten das Kind retten können sie ist tot na super sowas liebe ich also man versucht ja eigentlich immer so in solchen Spielen die Leute zu retten sofern sie zu retten sind aber ich glaube das ist so programmiert dass man sie gar nicht retten kann also wir haben ihr jetzt zweimal gegen Gift Gas Gedöns gegeben und ich dachte mir schon vielleicht ist es auch vergebene Liebesmüh und so ist es dann wohl auch leider ja und wie wir hier oben sehen dort ist sie ja gestorben oder oben ist die Kiste wie schön und sie hat sich von jetzt auf gleich in Luft aufgelöst also sprich wir können jetzt nicht mal hingehen und irgendwie ihre Sachen nehmen oder irgendwas hm das finde ich nicht schön ach man das ist nicht feierlich aber naja manchmal kann man eben nichts tun und das Vielen Dank.